Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Russische Luftangriffe haben zu landesweiten Stromausfällen in der Ukraine geführt. Am frühen Morgen des 21. Juni 2024 hat die Ukraine schweren Stromausfällen in verschiedenen Regionen des Landes erlitten. Diese Ereignisse folgten auf eine Serie von russischen Luftangriffen, die auf kritische Infrastrukturen abzielten. Die Angriffe richteten sich insbesondere gegen Umspannwerke, Stromleitungen und Kraftwerke. Dadurch wurden mehrere Städte und Gemeinden über Nacht in Dunkelheit gehüllt. Laut Angaben des ukrainischen Energieministeriums wurden besonders die Regionen Luhansk, Donetsk und Kiew hart getroffen. In Kiew kam es zu großflächigen Stromausfällen, die auch das Gesundheitswesen stark beeinträchtigten, da mehrere Krankenhäuser notgedrungen auf Generatoren umschalten mussten. Die Stromversorgung wurde in den meisten betroffenen Gebieten am Nachmittag des nächsten Tages schrittweise wiederhergestellt. Doch blieb die Lage angespannt. Olena Kuschnyr, die Pressesprecherin des ukrainischen Energieministeriums, sagte in einer Pressekonferenz, Sie fügte hinzu, dass die Reparaturarbeiten durch die konstante Bedrohung weiterer Luftangriffe erheblich, erheblich erschwert werden. According to the information provided by the Ukrainian Ministry of Defense, Russian forces used drones and cruise missiles for the attacks. A large part of the infrastructure was specifically and precisely damaged, making the restoration work more complicated. Military experts in the region suspect that the attacks are not only aimed at disrupting the energy supply, but also at demoralizing the population. In der Zwischenzeit haben mehrere humanitäre Organisationen ihre Besorgnis über die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung geäußert. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, hat betont, wie wichtig es sei, die Versorgung von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen sicherzustellen. Ein Sprecher der Organisation erklärte, die Unterbindung der Stromversorgung hat katastrophale Folgen für Krankenhäuser, die sich auf lebenswichtige medizinische Geräte verlassen. Die Vereinten Nationen verurteilten die Angriffe aufs Schärfste. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte in einer Stellungnahme, zivile Infrastrukturen dürfen nicht zum Ziel von Angriffen werden. Die internationale Gemeinschaft muss sicherstellen, dass solche Taten nicht straflos bleiben. Gleichzeitig appellierte er an beide Seiten, den Konflikt durch diplomatische Mittel zu lösen und kündigte weitere Schritte der UN an, um humanitäre Hilfe in den betroffenen Gebieten zu leisten. Im Kreml wurde diese Darstellung jedoch zurückgewiesen. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums erklärte, dass es sich bei den Angriffen um präventive Schläge gegen terroristische Ziele gehandelt habe. Er betonte, dass Russland sich weiterhin das Recht vorbehalte, auf Bedrohungen der nationalen Sicherheit mit allen notwendigen Mitteln zu reagieren. Die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen wird jedoch von internationalen Beobachtern stark angezweifelt. In der Ukraine bereitet man sich indes auf weitere Angriffe vor. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky rief die Bürger in einer Ansprache zur Einheit und Vorsicht auf. Wir stehen vor schweren Zeiten, aber wir werden diese Herausforderungen gemeinsam meistern, sagte er. Er versicherte, dass alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert würden, um die Stromversorgung wiederherzustellen und die Bevölkerung zu schützen. Im politischen Kontext betrachtet haben diese Vorfälle das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Russland und der internationalen Gemeinschaft weiter verschärft. Die Europäische Union berief eine Krisensitzung ein, um mögliche Sanktionen gegen Russland zu diskutieren und weitere Unterstützung für die Ukraine zu koordinieren. Auch die NATO kündigte an, ihre Präsenz in Osteuropa zu verstärken, um mögliche Sicherheitsbedrohungen abzuschrecken. Die jüngsten Ereignisse zeigen eindrucksvoll, wie empfindlich moderne Gesellschaften auf Infrastrukturschäden reagieren. Sie unterstreichen auch die Notwendigkeit internationaler Anstrengungen zur Sicherung kritischer Infrastrukturen in Konfliktzonen. Während viele Ukrainer Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Lage haben, bleibt die Situation weiterhin unübersichtlich und angespannt. Samstag, 22. Juni 2024 von Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.